zwei männer unterhalten sich ich will den flur tapezieren das hast du auch gemacht wir haben noch die identischen wohnungen wie viele rollen tapeten hast du geholt meint danach 15 nach einer woche treffen sich wieder zusammen auf 15 rollen tapeten ich habe sie im übrig behalten meint der andere komisch ich damals auch ja wenn euch die witze gefallen würde ich mich freuen wenn den kanal abonniert ich lade wöchentlich neue ausgewählte wird sie für euch hoch also bis bald bis dann tschüss